Heute springen wir vom höchsten Punkt der Map aus und erkunden die Ranell-Spitze im Himmel, Hyrule und im Untergrund. Dann lasst erstmal den Tower-Job aktivieren, würde ich sagen, oder? Wenn die Kälte kann uns sowieso nichts anhaben. Und falls da oben... Falls da oben noch eine Nitra-Klaue gefragt werden sollte, wäre ich bereit. Hab ich. Oh mein Gott, das sind viele Gegner. Drei Silberne, zwei Schwarz und ein schwarzer Boss-Bock. Spin to Win vielleicht? Einfach Spin to Win vielleicht? Ähm... Eigentlich ist es voll overpowered, ne? Dass man einfach jeden Scheiß-Gegner überfallen kann, so. Wie krass ist das bitte? Das wird nicht gut gehen. Das wird niemals gut gehen. Okay, es ist bisher tatsächlich irgendwie gut gegangen. Ich weiß nicht ganz wie. Okay, sehr schön, sehr schön. Oh mein Gott, war das close schon wieder. Ja, Silbernexalfus-Lanz, oder? Komm, zack, mit der Sense. Rein da mit der Sense. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alter. Junge, so geil einfach, Sidon. Und mit dem Donner-Kriog-Schwert. Let's go. Ey, so schön, so schön. Weggeschnetzelt haben wir die. Richtig weggeschnetzelt, alle. Boah, wisst ihr, was ich auch unbedingt probieren muss? Das hab ich noch gar nicht gemacht bisher. Fass mal auf. Wenn ich mit einem Königszweihänder mit einem Ritterschild dran, genau. Und damit soll man jetzt anscheinend... Ja, oh mein Gott, wenn ich jetzt ernsthaft mit der Waffe A drücke, kann ich einfach parieren. Als ob das ein Schild wäre. Das ist so krass, ne? Junge, ist das heftig. Guys, wir brauchen ein Schild, ganz ehrlich. Wir tragen kein Schild mehr. Ich hab mein Schild schon. Was sieht so scaft aus, dass Link einfach den Schild falsch rumträgt? Wir sneaken einfach umher und überfallen ein nach dem anderen. Oh, verdammt, das hat nicht so funktioniert. Silons Wasserblasen ist echt nicht so stark, aber sie ist ganz witzig irgendwie. Ist hier oben irgendwie, ist eine Schatztruhe, ja. Blauer Leune-Klinge. Ey, das ist so specific einfach. Das ist so eine ganz spezifische Waffe, aber ich find's voll cool. Dass es einfach so Leunen-Waffen hier gibt. Warum nicht, ne? Warum auch nicht? Wollen wir den Schrein schnell machen? Wenn der Sensor schon anschlägt? Warum eigentlich nicht, ne? Oh, Leute, vorne direkt. Oh, ein Rumi, let's go, eine Höhle. Da oben ist wohl eine Höhle. Ich glaub auch, eine Höhle im Berg drin wird sehr interessant. Wird sehr, sehr interessant wahrscheinlich. Der Jekais-Endschrein. Okay, Ausbruch. Alright, alright, alright. Okay, ich hab ne Idee. Ich hab schon jetzt ne Idee. Ich kann hier hoch. Ja, das ist gar kein Stress. Dann kann ich mit Deckensprung hier hoch. Der Parcours-Meister einfach. Hahaha. So. Ich könnte hier drüben rein. Parcours-Meister, let's go. Und jetzt kann ich hier wieder in die Decke. Ja, also ich soll auf jeden Fall hier oben hin. Ja. Ich glaub, ich hab's komplett gecheased. Kann das sein? Ja, juckt mich ja nicht. Ich soll das wahrscheinlich hier halten, ne? Dann setz ich's mal hier runter. Okay, jetzt geht einfach hier. BTF. Okay, wir sind ganz oben in einem Käfig. Ich hab mich vielleicht echt erst umgucken sollen, bevor ich nach oben steige. Weil jetzt komm ich nicht mehr zurück. Wollt ihr mich verarschen? Hab ich mich jetzt echt eingesperrt? Ja, und jetzt? Oder kann ich irgendwas bewegen? Aha. Okay, alles gut, alles gut. So, komm, 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 komm. Let's go. So, jetzt theoretisch wär ich durch. Nächstes Problem. Keine Truhe. Nintendo, wo Truhe? Oh Mann, ey. Ich komm nicht mehr zurück, oder? Doch, ich komm zurück. Pass auf. Erst nehmen wir das Ding. Wir gehen kurz hier hoch. Easy. Dann nehmen wir das hier hoch. Ja, ja, da geht es drüber. Pass auf. Wir machen uns erst ein Bomben-Schild, ja? Dann nehmen wir das Ding jetzt. Bring es wieder nach oben. Dann geh ich mit Deckensprung hoch. Es ist eine dumme Scheiße schon wieder, ne? Deckensprung hoch, genau. Nein! Oh mein Gott, das hat trotzdem gereicht. Das hat trotzdem gereicht. Okay, easy. Und jetzt, wo muss ich jetzt für die Truhe? Wo muss ich für die Scheiß-Truhe hin? Ey, es ist jedes Mal dasselbe, wirklich. Jedes Mal dasselbe. Ich schaffe den Schrein. Oh mein Gott, ich hab ihn. Ich hab ihn. Let's go. Langer Zauber. Junge, bleib mir weg mit den Scheiß-Zauberstäben. Mir wurde aber schon gesagt, ich sollte die eigentlich mal benutzen, ne? Ist okay, wir machen es einfach. Wir machen die Synthese an Rodonitran. Aber jetzt ein Feuerstab, okay? Vielleicht brauchen wir den irgendwann mal. Hier im Eisgebiet ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Weiß ich nicht, ne? Gehen wir jetzt weg von hier. Das reicht mir. Und wieder anüber. Wunderschön. Oh mein Gott, ich bin schnell geflogen. Das war's. So, dann lassen wir jetzt direkt in die Höhle hier gehen, oder? Das scheint doch eine Höhle zu sein. Das scheint sogar eine relativ große Höhle zu sein, wenn ihr mich fragt. Höhle am Magoni-Berg. Okay, ich hab ein Problem. Ich hab ein richtiges Problem. Hier ein Qualmaling. 91er-Lanze, denke ich, ne? Oh mein Gott, macht das wenig Schaden. Ich hab ihn einfach überfallen mit einer 91er-Waffe und er hat so viel getankt. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Nochmal überfallen einfach. Okay, sehr schön, sehr schön. Haben wir ihn wenigstens. Wenn man weiß, was man macht, sind Qualmalinge ganz schön stark. Oh, Geist, seht ihr das? Seht ihr diese tollen Stofffetzen da oben? In der Höhle hier wird's ein Kleidungsstück geben. Und da sehe ich mich. Zack, zack. Sehr schön. Hier klemmt eine Waffe im Eisblock drin. Will ich den auftauen? Nein, ganz sicher nicht. Oh, da steht ein ganzer Gegner drin, ne? Oh, ja, das scheint ein Exalfos zu sein, glaube ich. Ist halt ein silberner Exalfos. Die ist halt echt ganz stark. Aha, hallo. Ich hab eine schöne Elektro-Waffe. Achtung, guck mal. Schmeckt die? Die schmeckt, oder? Ich glaub, die schmeckt eigentlich ganz gut. Hallo, Mayui übrigens. Tschüss, Mayui übrigens. Achtung, und ich treff den Mayui. Scheiße. Wieso schaff ich's nie, den scheiß Robi zu treffen? Hab ich ihn, hab ich ihn, hab ich ihn? Komm schon. Let's go. Wieder schöne Teamarbeit geleistet. Oh mein Gott, hier geht's einfach raus. Hier geht's aus der Höhle wieder raus. Wo bin ich denn hier gelandet, bitte? Weet, hier hast du eine ganz andere Ecke einfach. Hier geht's echt durch den ganzen Berg durch. Aber die Höhle ist wirklich cool. So ein ganz langer Gang zum anderen Ende. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich möchte nicht kämpfen. Weg damit. Weg damit, los. Was haben wir hier? Trommelwirbel. Yes! Das war das Teil vom Barbaren-Set. Wunderbar. Ist halt richtig, ich hab richtig Bad Luck. Ich hab richtig Pech einfach, jetzt mal im Ernst. Jetzt hab ich einfach Panzer und Hose von der grimmigen Gottheit. Und Barbarenkleider und Hose. Ich hab kein einziges Kopfteil für Angriffsboost. Das ist so dumm einfach, aber komm, scheiß drauf. Trotzdem, sehr, sehr nice. So, dann bitte einmal hier durch die Decke. Und tschüss. Machst du was nix? Gerudo oder Gron? Gron möchte ich, glaub ich, als nächstes machen. Oh, nice one. Guys, da sehen wir uns jetzt. Kurz zu Nidra hochfliegen, oder? Oh mein Gott, kann ich auch auf Nidra reiten eigentlich inzwischen? Oder geht das nur auf den Weißdrachen? Werd ich einfrieren, oder? Ne, ich kann, oh mein Gott. Ich kann echt drauf stehen. Wie nice einfach. Schönes Bild von Nidra. Die Frage ist jetzt nur, was kann ich hier machen, ne? Kann ich auch so? Ja, Nidra Schuppe. Okay, nice. Oh mein Gott, der hat auch Steine. Der hat auch hier Steine rumliegen. Ja, Nidra Drachenstein. Ey, wie cool. Ich weiß nicht, was das ist, aber nehm ich halt mit, ne? Von Weißdrachen haben wir die auch mitgenommen. Ja, wie nice einfach. Dann auf an die Spitze. Auf an die Spitze. Was ist so schön, wie einfach man durch so viele Mittel durch die Luft fliegen kann. Einfach durch einen Drachen, durch eigene Aufwände, durch Toolen. Die Trümmerteile, die man wieder nach oben teleportieren kann. Oder eine Raketenschild, einfach mal wieder so, ne? Warum auch nicht? Drum auf der Rannelspitze. Oh, hier vorne ist ein sehr großes Loch. Bitte lass mich einfach rein, okay? Ohne irgendwelche Probleme. Ja, danke. Meine Güte. Ja, wir haben ja ein sehr großes Loch, aber ansonsten scheint alles genau gleich zu sein. Und die Himmelskarte. Okay, okay. Das sieht interessant aus. Vor allem, weil es halt nicht dungeongebunden ist, ne? Das ist halt was ganz anderes irgendwie wieder. So, wo ist eine Insel, auf der ich landen kann? Erstmal die hier vorne, oder? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh, Feen wahrscheinlich. Wie genau, ich wollte gerade sagen, Feen. Ha, hier sind Feen. Ha, ha, ha. Oh, je. Scheiße. Feenverjagd. Mann, ich hasse es. Ich hasse, das Feen zu sammeln wirklich jetzt mal. Wie soll ich denn da rankommen? Wie soll ich denn da oben an dich rankommen? Du Drecksfee. Verdammte Drecksfee. Komm doch mal runter. Wie soll ich denn da oben hin? Ich kann nichts tun. Danke. Meine Güte. Was zur Hölle ist das hier? Okay, das scheint ziemlich cool zu sein, ehrlich gesagt. Warum wird man jetzt einfach so hingestellt? So fertig vor allem. Digga, wie krass kann ich da bitte fliegen? Wie krass ist das bitte, hä? Okay, okay, okay. Lass es echt mal da hochfliegen. Lass es echt mal hier hochfliegen. Ich will wissen, was es da gibt. Scheiße. Aber hat gerade so gereicht, okay? Hat gerade so gereicht. Ja, was ist das denn bitte? Also, das scheint sehr, sehr wichtig zu sein, tatsächlich. Oh, Junge, was ist das denn? Ja, komm, ich spring mal runter. Ah, hier wahrscheinlich, ne? Ah, ja, okay, okay. Hier scheint echt irgendwas zu sein. Was geht mit dir ab? Soll die Sturzflugzeremonie beginnen? Äh, ich muss von ganz oben oder was? Soll ich aus der ganz, also aus der Mitte ganz, ganz oben runterspringen? Wie geil. Wer es schafft, wird mit einem besonderen Gewand ausgestattet. Ich bin sowas von bereit, Alter. Bin ich jetzt ganz, ich scheine ganz oben zu sein, ne? Ich bin auf zweieinhalbtausend Höhenmeter, ach du Scheiße. Wie nice einfach. Insel der Kühnheitsprobe. Okay, 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 okay. Nice one, nice one. Oh mein Gott, ich kann es mir sogar fast denken, was es wird. Ich kann es mir sogar fast denken, was es wird. Muss ich mich beeilen eigentlich? Ne, es läuft nicht auf Zeit, ne? Ich glaube, es läuft nicht auf Zeit, tatsächlich. Es soll vielleicht nur nicht gegen irgendwas knallen. Das wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt. Oh mein Gott. Scheiße. Ähm, fuck, fuck, fuck. No, wo ist es hin? Bin ich gescheitert? Bin ich kläglich gescheitert? Ich glaube schon, oder? Ja, ich habe es zu spät gesehen. Ich habe viel zu spät gesehen, dass da ein Stein ist. Sorry. Sorry, Link, nochmals. War nicht abs. Oh mein Gott, das ist voll schwer. Jetzt mal ernsthaft. Mach mal kurz nochmal von vorne, würde ich sagen. Ja, ja, ich weiß, ich habe es verkackt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Erst den hier, den Dreh. Wo denn? Wo? Wohin? Ich verlieh ihn so schnell aus den Augen, ne? Oder wo? Ah, doch hier. Oh mein Gott, ich glaube es noch. Ich bin noch drin. Ich bin noch drin. Oh, hier vorne, okay. Hier vorne. Ah, mega fies, Junge. Mega fies. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Okay, man kann sich halt echt viel Zeit lassen. Das ist ein bisschen strange. Es gibt einen Schrein. Es scheint einen Schrein dafür zu geben. Und ich denke mal, in dem Schrein gibt es dann doch die besondere Ausstattung. Oder das Gewand oder irgendwas, ne? Wisst ihr, was ich hoffe? Ich hoffe auf dieses komische Gleiterding. Es gibt so ein Gewand, mit dem man irgendwie gleiten kann. Okay, aber ich will doch mit ihm sprechen. Keine Ahnung. So, ich habe es geschafft. Sehr schön. Was kriege ich dafür? Ach, jetzt kommt es zur Sturzflugzeremonie. Okay, er wählt eine Sonor-Energiesphäre als Opfergabe. Ja, hier, bitteschön. Bitte, ich fliege alle Ringe in höchstens 35 Sekunden. Ach so, das war nur Training gerade. Okay, 35 Sekunden. Ab jetzt, let's go. Oh je, oh je. Die Steuerung in der Luft ist schwierig. Alter. Okay, nice, nice, nice. Ich kriege es hin, ne? Easy. Okay, mit ein bisschen mehr als drei Sekunden Puffer ist in Ordnung. Aber es ist echt nicht so einfach. Es ist echt nicht so einfach. Aeromaske. Aerodynamik. Ja, das scheint es zu sein, ne? Das scheint es zu sein. Jemandem gelang es eines, die Zeremonie in 25 Sekunden zu absolvieren. Stimmt ihr dir wohl an, nach Höherem zu streben? 25 Sekunden? Das ist übel heavy. Okay, wir ziehen das Ding mal an. Das sieht richtig strange aus einfach. Wie so ein Pestdoktor. Aber so ein halber Pestdoktor einfach. Auf modern angelehnt. Macht es einen großen Unterschied wirklich? Ja, es macht einen großen Unterschied. Ich merke es schon. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm schon, komm schon, komm. Oh mein Gott, war das knapp, war das knapp, war das knapp. Let's go, first try. First try einfach, wie geil. Hä, das war von stark, das war richtig stark gerade. Und was gibt es dafür? Das war es nicht, oder? Das war es. Eine große Energiesphäre kriege ich dafür. Oh, wie lächerlich. Die ist ja gar nichts wert einfach. Hä? Ich dachte, keine Ahnung, jetzt gibt es das zweite Teil der Rüstung. Oder irgendwie mindestens mal ein Diamant, so. Keine Ahnung, hä? Was ist ein Müll, Digga, wirklich? Lenkelement und tatsächlich nichts Neues ausnahmsweise mal. Aber ist auch okay. Wo ist denn die Insel hier vorne, bitte? Also, bin ich blind, oder wo ist die? Ah, lol, hier. Hier ist die Insel. Aha, hallo. Keine Ahnung, ob es hier was gibt, ne? Man kann ja mal gucken. Man kann ja mal gucken trotzdem. Aber ich stand irgendwo ein Schrein zu sein in der Nähe, auf jeden Fall. Die Orientierung fällt schwer. Die Orientierung fällt sehr, sehr schwer. Jaja, ich muss einen Orb wieder hier hinbringen. Okay. Erstmal hier nochmal so ein Gambling-Automat natürlich wieder. Irgendwelche neuen Teile. Ich frage mich generell, ob es noch neue Teile gibt überhaupt, die ich noch nicht hatte. Nein, Digga, willst du mich verarschen? Tulin. Junge. Ich hasse es, wenn Tulin aus Versehen Wirbelsturm macht. Junge, der hat mir gerade fünf von diesen Dinger weggeschmissen einfach. Frostwerfer. Oh. Und es gibt Spiegel? So, wo befindet sich dieser komische Kristall? Okay, irgendwo da vorne. Oben. Junge Link. Wie Link einfach ausschaut. Dann von hier aus. Ich habe keine Ahnung. Dann nehmen wir einfach die Raketen. Scheiß drauf. Oh je. Ich hoffe, es geht gut. Achtung. Oh mein Gott, ja. Das war voll gut einfach. Hell ja, das hat richtig gut funktioniert. Haben wir vielleicht sogar einen Krog irgendwo? Safe, oder? So viel Zeug. Einfach so viele Dinge, die es hier zu sehen gibt. Ja, es ist ein Krog, alles klar. Ach du Kacke. Sehr schön. Zwei Goldäpfel einfach. WTF? Nochmal Goldäpfel. Damn, wie viele Goldäpfel es hier einfach gibt. Okay, aber hier scheint echt nichts zu sein, ne? Da müssen wir wohl eine Etage weiter runter. Ah, der Kristall ist hier. Nice. Der Kristall ist sogar hier vorne. Wunderbar. Und das Ding jetzt wieder zurück transportieren. Kann ja lustig werden. Kann ja wirklich lustig werden. Sehr schön. Wir haben es geschafft, Alter. Und das Ding jetzt einfach rüberfliegen, ja? Miau, miau, miau. Der Maya in Ayie schreien. So, bitteschön. Bitteschön. Ganz einfach. Kein Segen schreien. Oha. Vom Eis geführt. Ah, ja. Vom Eis geführt. Okay, es ist einfach ein... Ja, ein Eiswerfer tatsächlich. Ähm. Ah. Idee. Ich kann wahrscheinlich eine Dings machen, ne? Eine Eisscholle, genau. Let's go. Mit der schliftern wir jetzt einfach hier rüber. Okay, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Tatsächlich. Ja, nice. Wir versuchen das Ganze mal zu timen. Jetzt komm auf. Sollte klappen. Ja, perfekt, Digga. Perfekt. Oder? Ja, wunderbar. Ich hab's noch drauf. Okay, wir werden theoretisch schon schreien Ende. Aber es geht natürlich auch noch weiter. Äh. Was der Mutterfick. Ich hab ne sehr abstrakte Idee. Das ist nicht richtig, definitiv nicht. Wollen wir das auf die Schneide-Methode lösen? Es wird mir wieder Zeit, irgendwas auf die Schneide-Methode zu lösen. Sehr schön. Okay. Wir machen das hier dran, ja? Wir bauen uns eine immer längere Brücke. Ich glaub, es funktioniert. Achtung. Also, ich selbst kann hier nicht draufstehen. Ja, richtig. Ja, na, ja. Let's go, let's go, let's go. Sehr schön. Okay. Ich muss jetzt aufpassen. Ich muss aufpassen. Ja, das reicht jetzt nicht, ne? Vom Gewicht her. Bro, mach keinen Scheiß. Willst du mich verarschen? Danke, oh mein Gott. Und jetzt einfach wieder rüber gleiten, würde ich sagen, oder? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, wir... Perfekt neuer Schild direkt, weil der ist eh gerade kaputt gegangen fast. Da war zwar ne Leiter, aber das war cooler. Da war ne Leiter. Sagt nicht, dass da ne Leiter war, willst du mich verarschen? Oh. Von ganz unten wahrscheinlich, ja. Alles klar, da wäre ne Leiter gewesen. Okay. Was trotzdem, like, aus Prinzip da. Komme ich hier hoch? Anscheinend komme ich hier hoch. Wenn jetzt nichts ist... Ah, ist ein Krog, let's go. Sehr schön, ich hab ihn. Ich hab ihn. Aber damit sind wir trotzdem fertig, denke ich mal. Hier oben. Dann lasst mal hier vorne den Abgrund düsen. Quelle der Weisheit. Die müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Stimmt. Die Legende vom Schatz. Was geht ab? Gleite auf dem Schnee von der Quelle hoch am Himmel bis zum Berg auf der Erde. Passiere alle Lichtrede und er soll sich das Segenslicht offenbaren. Ja, ist ein Schreinquest, alles klar. Dass es ein Schreinquest ist, sollte klar sein. Die Frage jetzt nun hierbei. Willst du direkt die Kralle haben oder erzählst du mir irgendwas von der Mutterstatue? Dass sie kaputt ist. Weil ich weiß, dass sie kaputt ist. Ich vermag die Statue der Muttergöttin in der tiefen Schlucht nicht mehr zu spüren. Ich weiß. Das ist ein Schreckliches Schicksal. Das ist so schrecklich. Nitra-Klaue. Wird gemacht. Hab ich. Zwei Stück. Oh, das ist eine Nebenaufgabe. Das ist keine Schreinquest. Aber das ist eigentlich genau die Stelle, wo der Schrein ist. Ist das vielleicht gar kein Schrein mehr hier hinter? Nitra-Klaue. Bitteschön. Komm. Hier, friss das. Okay. Äh, ich krieg dafür... Dicker. Es gibt anscheinend eine größere Belohnung, wenn ich alle gemacht habe. Aber dafür gibt es halt keine Schreine mehr, ne? Weil ursprünglich war hier hinter einfach ein Schrein. Really? Einfach ein Saphir, so. Bro, danke. Ja, aber wenigstens ist hier trotzdem eine Schreinquest, ja? Reden die von hier oben? Ich denke mal, das wird von da oben die Rede sein, ne? Ah ja, ich bin richtig anscheinend, ne? Wieder so eine Sturzflugquest, ne? Das wird es wohl sein. Hab ich echt surfen, oder was? Aerodynamik LP ist wieder am Start. Ich liebe diese Maske so sehr wirklich jetzt mal. Ah, okay, okay. Ja, okay. Ich soll doch surfen. Ich soll surfen. Alles gut. Sehr schön, okay. Wieder so eine schöne Saphir. Das ist doch immer nice einfach. Das ist doch einfach nice. Okay, Eisgegner, Eisgegner. Ich kann euch leider nur alle ignorieren. Hab's geschafft, let's go. Okay, ich kann eigentlich mit einer Feuerwaffe oder so. Habe ich eine Feuerwaffe? Oh, ich hab den Runnitschstab gemacht. Genau. Jetzt können wir direkt mal austesten, was macht der? Okay, ist nicht so verkehrt, ne? Das ist nicht so verkehrt auf jeden Fall. Gerade halt gegen Eisgegner, obviously. Aber braucht man das jetzt wirklich, ist die Frage, ne? Braucht man das jetzt wirklich? Für sowas kann man schon mal so einen Zauberstab haben. Ist okay, ist okay. Oh, wow, 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 wow. Nacktes Überleben. Abgehoben. Ey, wie der Schneide. Total abgehoben. Okay, das wird... Ach, du Kacke. Ey, das sieht schon wieder so cool aus einfach. Guckt euch das nochmal an, bitte. Let's go, let's go, let's go. Wunderbar. Ach, du Scheiße. Er macht viel Schaden. Er macht viel Schaden. Okay, okay, okay. Was soll ich gegen euch tun? Mach du doch ruhig. Mach doch du doch ruhig deine Sachen hier. Mach du ganz ehrlich. Mach du doch mal deine Sachen. Scheiße. Okay, nice, 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 nice. Scheiße, Mann. Ich hatte das auf dem Schild oben gehalten. Die Konstrukte sind nicht so einfach. Die sind wirklich nicht so einfach. Okay, was geht hier vorne ab? Okay. Wegen, äh, oh mein Gott. Warum wird da eine Bombe reingedroppt? Digga. Oh, wie bin ich hier gerade so entkommen einfach? Nein, scheiße, er will eine Rakete dran machen. Ja, er hat Elektro-Pfeile. Ach, du Scheiße. Was ist das schon wieder für ein Schreien? Die Rätsel-Schreine sind viel zu einfach leider. Aber die Kampfschreine sind wirklich nicht einfach. Der ist One-Shot. Oh mein Gott, der wäre One-Shot. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Warum fällst du da runter? Ich weiß selbst noch nicht genau, was ich hier mache. Aber es wird funktionieren, okay? Wir fliegen wieder hoch. Ganz vorsichtig, ja? Ein Headshot und zwei Headshot. Sehr schön. Das war schon wieder viel zu knapp gerade wirklich jetzt mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe ihn, oder? Ich habe ihn, let's go. Okay, und jetzt mit dem Raketen, mit der Raketenkeule rein. Warum denn deine Scheiß-Raketenkeule? Welche hast du schon wieder ausgedacht? So, und jetzt stirb. Meine Güte. So, was gibt es dafür? Komm schon. Okay, die ist echt ganz nice eigentlich. Die ist wirklich ziemlich nice. So, was geht jetzt im Untergrund ab? Das ist auch wieder ein sehr, sehr großes Loch. Der Erbgrund am Nidra-Schneefeld. Let's go. Rein da. Was haben wir hier? Aber gibt es Konstrukt im Untergrund? Gibt es Konstrukt im Untergrund? Das schaut fast so aus, ne? Äh, was ist das schon wieder? Hier ist logischerweise wieder sehr, sehr hüglich, weil, wie ihr gelernt habt von mir, ne? Ein Berg ist im Untergrund ein sehr tiefes Tal. Also alles ist quasi, die Höhenmeter sind alle umgedreht. Oh mein Gott, ist ein Beta-Block-Konstrukt oder sowas? Ja, ein Beta-Block-Konstrukt. BTF, einfach im Untergrund. Ähm, okay, ich habe immer noch nicht ganz gelernt. Oh mein Gott, ich habe immer noch nicht ganz gelernt, wie man den umgeht. Aber anscheinend soll Ultran sehr gut funktionieren, ne? Warte mal, was? Nein, ich will deinen Kopf. Junge! Toll, wie das funktioniert. Großartig, wirklich. Ich will nicht deinen Körper haben, ich will deinen scheiß Kopf haben. Das gibt es doch nicht. Ja, oh mein Gott, endlich, Junge. Endlich habe ich seinen Kopf. Traum schon. Wo ist er? Ah, da oben, lol. Er chillt da oben irgendwo. Wir machen einfach einen Bombenfall rein. Das ist viel zu blöd. Wird schon treffen, wird schon treffen. Es ist so dunkel. Scheiße, Digga, rauf jetzt. Ja, nein, nein. Steh auf jetzt. Ich kann dich nicht treffen. Meine Fresse. Oh, der war anstrengend. Der war wirklich anstrengend einfach. Machen wir einfach hier dran, oder? 42er Keule. Wunderschön, wunderschön. Schnell noch die Wurzel aktivieren hier, den Bums. Was würde ich schnell machen hier? Die Wurzeln, die paar Wurzeln können wir machen, oder? Also kurz im Süden. Auf geht's. Wir haben hier verlassene Athenomine, alles klar. Hätte man sich fast denken können, ne? Danke. Baublandsteinplatte, sehr schön. Was gibt es? Eine Brücke. Okay. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ne? Ich weiß nicht. Also vielleicht kann man das irgendwo mal gebrauchen. Gerade zum Hochklettern, denke ich. Aber seltsam auf jeden Fall. Wieder eine Schatztruhe der Jäger, die ich einfach mal plündere. So dreist, wie ich bin. Dankeschön. Wo war doch rasch die Prüfungsstelle? Ach ja, genau. Hinter einem Wasserfall im Gerudo-Tal versteckt. Okay. Kann man sich merken. Und du bist wieder ein Forscher, richtig? Ja, du bist wieder ein Forscher. Komm. Lächerlich. Wow. Das war gar nicht der schnellste Jägerkampf aller Zeiten gefühlt. Da vorne scheint auch irgendwas Größeres zu sein. Ist ja auch logisch, ne? Ist ein sehr tiefes Tal. Boah, lass da noch kurz hingehen. Das interessiert mich jetzt doch zu sehr. Ich meine, wir haben jetzt sowieso eine Ausleuchtung hiervon. Ich will jetzt auch keine Wurzeln mehr aktivieren. Aber ich will das hier noch. Ich will hier noch kurz runterspringen, ja? Ja. Mine im Raneltal. Okay. Ich habe mir noch nicht ganz durchschaut, was Mine eigentlich per se bringen. Ja, okay. Also es gibt hier nicht wirklich irgendwas zu sehen. Ja, sehe ich das richtig? Urquell der Weisheit. Oh, ah. Ah, die Quelle der Weisheit, natürlich. Urquell. Das ist ein episches Wort einfach. Da muss doch irgendwas sein. Also keine Ahnung, was das wird. Okay, hier ist ein Wasserfall. WTF? Warum ist hier ein Wasserfall? Ich sage euch, wie es ist. Ich bin ein bisschen verwirrt. Sieht aus wie eine Magierstatue. Oh, ja. Da ist vielleicht ein Punkt dran. Ist hier irgendwas, Guys? Ich finde die Magierstatuen halt so schwer zu erkennen, ne? Das ist super schwierig irgendwie. Ich erkenne die einfach nicht. Wie soll man die erkennen? Wo ist die? Die Vorderseite? Wo ist hier irgendwas? Doch, doch, doch. Da ist was, ne? Ich sehe einfach das Betenfenster, ohne dass ich irgendwas hier erkennen kann. Aber ja, klar, man erkennt das. Oh Gott, ist das dunkel, ey. Junge. Ach, du Scheiße. Die Dunkelhose kann ich kaufen. Das ist doch nice. So, noch irgendwas, was ich hier kaufen kann? Ne, nur die Zauberstäbe nach wie vor. Majora's Maske. Ja, das habe ich ja alles schon. Habe ich ja alles schon, logischerweise. Aber wenigstens die Dunkelhose. Immerhin etwas. Aber es ist auch ein bisschen random, dass die halt so hier als was voll Edes dargestellt wird, weil am Ende bringt die halt gar nichts, ne? Muss man ganz klar so sagen, so. Das Dunkelgewand bringt überhaupt nichts. Ich kann es nicht verbessern. Und es ist einfach so, ja, es sieht halt cool aus, aber keine Ahnung was. Gut, es reicht mir vom Untergrund.